Das ist lieber. Das ist immer lieber. Okay, alles klar. Aus dem FF. Wo ist mein Text? Ja, ja, ja. Tür zu. Klack, klack. Knock, klopp. Verlös her. Anlagung haben wir hier. Unsere separate Abteilung. Grenzüberschreitende Beratung. Vom Busfahrer bis zum Monteur. Das passt doch nicht zusammen, weil ich sag mal, eigentlich und wir investieren gerne. Viel Fachwissen und Lebenserfahrung. Leg mich doch am Arsch. Das kann nicht wahr sein. Ich bin nicht stumpf. Locker, 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 locker. So nicht arbeiten. Von Nasen. Noch fertig haben, das Ding. Ach so, du musst ja los sagen. Scheiße. Und ich darf versorgen, dass die internen Dinge in Ordnung sind. Thomas Klempern nicht vergessen. Das Tier rein. Ach, meh. Die Löhne, Liquiditätsplanung und unsere Urlaubs. Ach, das ist doch doof. Kann man das nicht zusammenschneiden? Urlaub ist doch doof. Ach, Mensch, nee. Ja, mach mal. Thomas. Thomas. Kann nicht wahr sein, weißt du das? Thomas, das machst du. Thomas. Oh. Ah. Scheiße, ist das doch gemein. Was das eben so ist in so einem Büro. Was soll man da großartig zeigen? Also. Hm, hm, hm. Ich bin sehr gut. Die Abteilung. Was macht die denn da? Au. Jetzt ist gut. Oh, du machst das aber gar nicht schlecht. Aber hör auf. Nicht kitzeln. Das kriegt ganz ganz haut. Ich mag das. Einfach diesen. Raphaela, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich bin fertig. Da 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 da. Gefällt dir mich? Vielen Dank.